Ich komme nun wo hinein jetzt? Oha! Und nun... Ich komme hier durch. Ich hatte ein Gefühl, dass in Hell, da gibt es Mushrooms. Okay. Okay. Also jetzt... Also im Affenkopf ist eine Art, was ich auch will kann. Okay. Okay. Ich bin die Hände. Vielleicht kann man die benutzen. Mitnehmen. Okay. Hier hinein. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Okay. Okay, da komme ich lang. Oh, das haben wir noch nicht untersucht. Ja. Wie sieht es nach einer Zeit aus? Wie sieht es nach einer Zeit aus? Wir können auch nicht mehr lang. Ja. Vielleicht können uns der Einheimischen helfen. Können wir mal die Kinnibalen fahren, ob die uns vielleicht helfen mögen. Einfach bleiben wir mit hängen. Blöd, dass wir hier mal hinfahren müssen. Hin und her und her und hin. Ja, da ist halt ein Gebirge im Weg, da können wir nicht lang laufen. Können wir nicht links. So, fahren wir nochmal beim See. Sparen wir hier nochmal rüber. Dann sehen wir diese andere Seite. Und dann links unten zoomen. Auf zum Strand. So, schon sind wir da. Auf zum Dorf. Oh, sehe ich schon wieder. Willst du zurück, um dich zu retten, für dein schönen Geschenk? Well, actually there is something. Tell us. What is it? Um... Money. I want money. That's not exactly what we had in mind. Is there anything else we could do for you? I'm looking for somebody. Here? On Monkey Island? We're the only people living on Monkey Island. Well, the only civilized people. Ehhhh... I'm looking for 30 dead guys and one woman. I don't think I want to hear anymore about it. Wait. Maybe he's talking about those dead pirates. Oh, ja. Die Leute. Dann hast du den Ghost Pirate LeChuck und seine Kedavarous Crew gesehen gesehen? Die Kerken haben uns seit Monaten gegründet. Zwischen hier in diesem schrecklichen Ghost-Ship von ihnen, schreien und schreien bis alle Stunden der Morgen. Schreien aus dem ganzen Flugzeug-Ship-Business? Normalerweise, wenn wir Probleme mit den Un-Dead haben, dann können wir nur unsere Standard-Potion von Exorcizum und werden mit ihnen fertig gemacht. Ähm, so... Gib mir die Potion. Ich werde ihn auf LeChuck benutzen. Du kannst nicht. Warum nicht? Na, der Hauptstoffe der Potion ist eine sehr rare Reut. In Wahrheit, es gibt nur eine in Existenz. Wir nutzen nur ein bisschen vor dem Zeitpunkt. Aber LeChuck schreit das ganze Ding. LeChuck kam hier und schreit deine Reut? Oh mein Gott. Und ich denke, dass die Bananen nicht besser ist. Und wo er sie schreit? Er ist in einem Ort, unter dieser Isle. Dachte ich es mir. Oh, da füllen wir gerade nicht durch. Wenn wir keinen Wegflug haben. Okay. Was ist passiert? Was ist passiert? Der Pflicht hat dich verraten? Nein, wir haben die Chie. Es wurde verraten. Na, wir haben die Chie. Na, wir haben ihn mit einem Hermit, der auf dem Eier. Und bis das der Schie. Und bis das Krusty-Pantless-Weirdow kommt, wir haben ihn zurück. Wir haben ihn mit dem Bananen. Ich gehe nach Lechuk und schaue den Weg. Sorry, aber es ist einfach nicht so einfach. Versuch zu finden Lechuk könnte sehr gefährlich sein. Man kann sie nicht nach den Katakomben finden. Hey, ich habe eine Edehabe von Avogator-Ney. Was? Nichts. Nichts. Was ist der Edehabe von Avogator-Ney? Ich sehe, dass er mit unserem Dialekt nativ ist. Gut. Wir können ihn zumindest erzählen, was der Head macht. Na gut, ist es eine Anwendung. Es ist eine Head. Es war einmal mit einem Anwendung. Wir haben es lebendiglich gehalten, damit wir den Vorteil von seiner innere Sicht der Direktion. Gehen durch die Katakomben ohne sie ist unmöglich. Aber es ist unsere einzige Worte. Ich glaube, wir haben nichts zu Ihnen geben. Nachdem er uns diesen schönen Eidl gegeben hat. Seht ihr frei, zu kommen zu den großen Mönchen und deinen Eidl besuchen. Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, Lemonhead. Was war das, was du gesagt hast, über Tropical-Oils? Na gut. Vielleicht können wir irgendwas hier von dem ... Von dem Zeug gebraucht haben. Vielleicht können wir den ... Einen von den nutzlosen Prospekten anbieten. Aber hier ... Können wir die irgendwie nötig werden. Dann ... Pam Flea. Ähm ... Okay. Wie wäre es mit dem hier? Ja. Schau mal an das. Es sieht aus wie die Instruktionen auf wie eine Kopfkopf zu kommen. Okay. Wir können ihm unsere Kopfkopf geben und diese Instruktionen nutzen um uns selbst eine neue Eidlose. Ja, ich denke, wir können dir das jetzt geben. Das sind die Katz. Danke. Das war ziemlich gut für ein Drei-Double-Wintern. Wenn sie das tut, dann kommt sie nicht. Dann kommt sie nicht. Dann kommt sie. Wir halten sie in diese magische Klappe, und sie macht es in die Gäste. Aha. Oh, schau mal. Ich denke, er mag dich. Seid ihr ihn an. Seid ihr ihn an, und er führt dich nach Lechuk's hideout in den Katakomben. Dann, holen Sie die Klappe von Lechuk, und zurückkommen hier. Wir mixen ein Stück unserer speziellen, Enzabattung-Gäste Lösung. Und du kannst ihn auf Lechuk, wie Salz auf einem Schlug. Ja. Schau. Na dann. Und nochmal danke, dass ihr mich nicht essen könnt. So, zurück zur... ... zur Richtung. Da müssen wir leider wieder das Ruderboot nehmen. So, einmal innerhalb uns umqueren. Schade, dass wir hier nicht anlegen können. Es wird einiges verkürzen. Ab zum Strand. Der weint immer noch dort rum. Sehr schön. So, hier weiter. Und auf zur Richtung. Der verhängt dann noch. Wir haben jetzt einen Wegweiser. Da kommen wir doch jetzt bestimmt auf ins Finale. Oder so. Au… Au, au! Das bringt wohl nicht viel, ich müsse den erst mal, es gibt noch eine Knoche bestimmt. Oh, ok. So geht es auch. Ja, dort lang. Das ist unser Wegweiser. Oh. Das ist unser Wegweiser. Das ist unser Wegweiser. Das ist unser Wegweiser. Und du? Nicht hoch? Vielleicht? Ja. Probieren wir ihn jetzt. Andere geht es nicht lang. Das ist unser Wegweiser. 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 Irgendwo unter den Pilzen. Das ist unser Wegweiser. 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 Sehr schön. Das geilste Schiff. Ja, Jug eigen. Es ist das Eerie-Ghost-Ship, die ich sehen, mit dem Gouverneur mit dem Gouverneur. Entschuldigung, aber ist das die Lido-Decke? Ok, da schauen wir schon mal nicht drauf. Ok, aber wie kommen wir jetzt an die Wurzel? Die Wurzel des Übels. Fick in die Bahnen. Tja, war das nicht die Sekunde? Konnten wir hier nicht... Die Kette ist bestimmt... Können wir das nicht kombinieren? Ich erinnere mich doch daran, dass das irgendwie ging. Ich denke... Ok... Ach so, er ist die Kette. Können wir den wieder ablehnen? Der meinte doch irgendwas von... Die Kannibalen sagt doch irgendwie, dass das uns unsichtbar macht, für die Toten. Sie müssen es dann nicht sehen. Du kannst es nicht haben. Es ist meine. Können wir ihn benutzen? Können wir ihn nicht... ...benutzen? Können wir ihn nicht mehr zu touchen, als ich es muss. Tja... Können wir ihn nicht mehr zu touchen und ihm die Kette abnehmen? Okay, wir sind hier. Jetzt, was du von mir? Kann ich das bitte haben? Nein. Aber danke für die Frage so politely. Vielleicht könnte ich es einfach nur sagen. Vielleicht kannst du es nicht. Vielleicht könntest du es nicht. Ich hätte nicht, dass du ihn verkaufst. Und ich hätte nicht, dass du ihn verstand. Was будут sie denn? Hm. Okay. Kann ich dir das nehmen? Okay, aber wie tragen sie jetzt oder was? Scheinbar nicht. Oder doch. Oh. Sehr schön. Okay, durch die Tür kann man nicht direkt durch. Oh. Druck kann man nicht öffnen. Wir müssen bestimmt nehmen. Hm. Hm. Okay, dann weiter. Okay. Es ist eine Kiste. Es ist eine Kiste. Können wir vielleicht... Können wir uns einen Huhn mitnehmen? Eine Gesterfeder. Okay, nun... Was machen wir mit der Gesterfeder? Können wir... Was machen wir? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir müssen ihn doch irgendwie kitzeln können, oder? Mit den Füßen oder was? Warten wir kurz. Was machen wir mit dem? Was machen wir mit dem? Oh, ja. Oh, ja. Okay, wir haben eine Kug. Okay. Okay, aber nun... Vielleicht können wir das... Ja, hier oben können wir nichts machen. Vielleicht können wir hier das... Schwein füttern. Ja, es ist nicht. Es ist nicht. Es ist nicht. Ich denke, ich würde es sagen. Es ist nicht. Ja, es ist nicht. Es ist nicht. Es ist nicht. Es ist nicht. Nichts. Aber was haben wir überhaupt... Es ist fest. Okay. Es ist fest. Es muss ein Kugel sein. Es muss etwas wichtig sein. Es muss sein, was da drin ist. Es ist ein Kugel. Es ist ein Kugel. Vielleicht können wir den Kugel... Öffnen. Das scheint nicht zu funktionieren. mit einer Feder ich habe meine schlüssel her ich weiß nicht, ob wir die Truze öffnen können vielleicht eine Giste können wir die vielleicht irgendwie wir brauchen schlüsse hätten wir brauchen schlüsse wir brauchen schlüsse wir brauchen etwas spezielles oh eine schluck eine Truhe ok was haben wir denn was wir hier mit vielleicht Sekunde vielleicht Magnet vielleicht können wir den ob es ein Geister Magnet ist ein Geister Schlüssel ist ok wir haben einen Schlüssel vielleicht können wir damit jetzt durch die Truhe durch sehr schön sehr schön Teller Yikes Ratten vielleicht können wir die Ratten jetzt Sekunde Ratten füttern mit Gronkh besoffene Ratten und jetzt können wir hier von was was nehmen ok jetzt haben wir Fettklumpen Fettklumpen was machen wir jetzt mit den Fettklumpen was machen wir jetzt mit den Fettklumpen ok vielleicht wir haben bereits hergeholt vielleicht mit den Fettklumpen mit den Fettklumpen mit den Fettklumpen können wir jetzt vielleicht mit den Fettklumpen mit den Fettklumpen Tja jetzt kommen wir hier Bestimmt Oh Werkzeug Personen Ort Dorn ist das Werkzeug Bestimmt Bestimmt Nee Ne Zack Neben Oh gut mehr Inventory Er ist krank Okay, dann können wir jetzt bestimmt den Käfig von den Hühnern umwühlen oder irgendwie die Kiste aufmachen da. Das versuchen wir als erstes. So hier. Nutzen. Oh, okay. Ein Geräusch, wir öffnen die Kiste. Ah, wir haben die Wurzel. Hurra. Dann müssen wir jetzt nur noch raus. Und hoch hier. Jetzt können wir bestimmt von Bord gehen und haben jetzt hier die Wurzel, oder? Die Wurzel, alles übel. Alles übel. Das macht es ein sehr glückliches. Das macht es so schön. Genau, das macht es. Ich würde mich zuerst freuen. Das macht es mir vor. Das macht es mir vor. Und ich werde noch ein wenig. Ich würde mich jetzt einen einfachen Kiste dabei. Und ich würde es mir vor. Und die Frage ist mir vor. Und ich wäre schon die Frage ein. Rally versteckt. Und ich würde mal weiß. Das macht es mir vor. Und ich würde mich. Und ich würde mir schon. Ich würde erstmal diese Musik aufpassen. Und ich werde wieder mal aufpassen. Und ich würde mich gerne aufpassen.